Es ist gut, wenn das Team zusammen bleibt und das andere nicht. Bam, bam. Achso, das ist unser Song. Oh, nein. So, herzlich willkommen zurück zum Link of the Minionspielen. Wir spielen ein bisschen Team Deathmatch. Champions League Team Deathmatch. Und los geht's mit dem Kit. Brut. Und mit unserem Update. Ein besseres Schwert. Und wir sind Team Frost, also blau. Und los geht's. So, da hinten sind schon die ersten Gegner. Ich helfe einem mal. So, der ist schon fast down sein. Ich hätte den auch noch mal ein bisschen. Ja, der ist gleich down. Ja. Das ist schon der nächste Gegner. Komm, drauf, 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 drauf. Ja. Ja. Der ist auch tot. Oh, oh. Wir sind tot, wir sind tot. Scheiße. Nice one. Wir haben fast kein Leben mehr, aber egal. Wir sehen noch zwei Leute. Okay, da hinten ist er. Wo steckt sich denn der andere? Wo steckt sich denn der andere? Da hinten? Ja, der kommt jetzt. Oh, 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 oh. Ich bin vergiftet. Yes. Noch einer. Und ich hab drei Herzen. Nice one. So. Oh, oh. So, wo ist denn unser letzter kleiner Schnuffi-Puffi? Schnuffi-Puffi, wo bist du? Oh, da hinten ist Krieg. Ja, ich seh. Ja, ich schneid den dem Weg ab. Yay. Nice one. Ich hätt den auch getötet, also GG. GG. Zweite Runde folgt. Also dann, bis gleich. So, dann sind wir wieder. Diesmal mit demselben Kit, aber an einem anderen Team. Nämlich jetzt dem Team Rot. An einem anderen Team mal. So, Map. Industrial Growth. Industrial Growth. So. Ähm. Los geht's. Da sind schon die ersten Gegner. Da. Jo, wir gehen alle auf den drauf. Hier unfair ist das denn, aber easy. Jo. Da ist schon der nächste. Das ist gut, wenn das Team zusammenbleibt und das andere nicht. Bam, bam. Achso, das ist unser. Oh, nein. Behindert. Vielleicht kommt man da rein. Ja, komm, der tötet ihn. Nice. GG. Ähm. Wir sind da reingekommen. Oh, da oben ist... Sind welche gut. Dann laufen wir mal dorthin. Es sind wieder noch zwei Stück und dann ist das einfach zu kriegen. Da oben ist ein Leiter. Da geht schon jemand hin. Oh mein Gott. Der wird's nicht schaffen. Nein, der wird's nicht schaffen. Allein hat er keine Chance. Aber er hittet sie an. Scheiße, hier ist keine Leiter. Hier ist keine Leiter. Wo ist... Wie ist der da hochgekommen? Doch. So. Scheiße. Ich bin nicht am Arsch. Ich bin nicht am Arsch. Komm schon, komm schon. Hilf mir, hilf mir. Nein. Nein. Komm, schnicken, schnicken. Heilen, heilen. Oh, diese... Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott, ja, endlich. GG. Oh mein Gott. Ach, komm her. Oh Mann. Gut, das war's mit den zwei Runden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, was euch fehlt. Was ich verbessern soll. Ja. Halt ein paar Vorschläge reinschreiben. Was ich als nächstes bei Minispiele machen soll. Und dann, jo, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.